Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Wir bilden gerade, wie auch schon so oft, eine Armee aus, um hier anzugreifen und die Festungen hier zu zerstören. Viele von den Hobliten hier sind das jetzt. Zehn, ich glaube noch bis zwanzig sind. Und dann, let's get ready to fight, heißt es dann. Und hier werde ich erstmal mal Felder machen. Felder, ne, Felder. Felder, ne, Felder. Felder, ne, Felder. Ratet mal, was der hier macht, der baut jetzt Felder. Genau wie der hier. Der hier. Und der hier. Und was wird die machen? Die wird hier Bären sammeln. Jetzt soll ich auch keinen Ruhstoffmangel mehr haben. Wie viele sind das hier jetzt? 14. Ach komm, ich brauche mal einfach noch so eine geile Militärkaverne hier einfach so, weil ich es einfach nur kann. Und dann geht es schon mal doppelt so schnell. Die 15 hier greifen jetzt auch an. Der erste kleine Angriff. Auf die. Ah, hier greifen die auch schon wieder an. Dann warte ich mal hier auf die. Ah, ne, die werden hier weg. Dann muss ich mal schnell auf das Tor hier gehen. Und dann die Türme platt machen. Okay, so schwer ist die Mission jetzt auch wieder nicht. Die haben ja ganz schöne Fruppen hier da. Das Tor ist gleich platt immerhin. Das wollte ich auch eigentlich nur bezwecken damit. Die Kasane hier ist fertig. Da möchte ich jetzt auch hier diese Leute hier ausbilden. Immer wieder. Und hier sammelt sich dann auch hier... Der Kampf hier ist gleich verloren. Jawohl. Ist hier schon wieder ein paar? Nein. Weißt du, wisst ihr was? Ich brauche einfach noch eine Kaserne. Ich kann's halt. Ich bin einfach geil. Ich bin mag. Ich werde angerufen. Oh mein Gott. Wie schlimm. Die verlieren doch voll. Hör die grad noch mal an. Zweimal. Mensch, mehr Rekord von denen. So, die nächsten 10 hier wieder. Unterstützung mal hier hinschicken. Die ist fertig. Hauptlied. Hier sammeln. Immer wieder. So. Hier mal durch. Rennen. Und du machst hier mal... Oh, sieht das halt wieder auf. Den... Den scheiß... Centauren hier. Äh, ich meine Minotaurus. Zack machen. Das sollten wir grad so schaffen. Oh ne, schaffen wir nicht. Der ist irgendwie ganz schön stark. Oh, das ist sogar ein Stier, Minotaurus. Ach, Mensch. Fuck. Ich werde mal die nächsten hinterher schicken. Die nächsten 11 hier. Ich mach' ihn. Ich mach' ihn. Wir haben einfach schon drauf. die Minotaurus-Schnellschnellschnellschnellschnell. Hier. Der lebt noch. Der lebt noch. Dann die hier. Und dann mal auf Zürme langsam gehen. Das Duell verlieren wir. Kommen wir halt mit den nächsten gleich. Und daher. Den nächsten Helft. Das ist halt der Vorteil, wenn man mehrere Kasernen oder so hat. Schnell geht hier hin. Attacke. Du hier. Geh mal hier wieder zu einem Feld, was gerade nicht besetzt ist hier. Von da hab ich dich, glaube ich, hergeholt. Erstmal die Scheiß-Türme hier beseitigen. Das ist auch schon ganz schön wichtig, finde ich. Auf jeden Fall. Die sind gleich weg. Du hier, mach mal bitte noch ein Feld hin. Gut. Wenn sie langsam flacke, ich hab durch. Attacke. Oh, noch Milizoldat. Der muss gestürtet werden. Attacke. Weitergehen. Attacke. Das wird noch gewinnen. Und platzen sie auf die Fresse. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Den Turm hier plattmachen. Ich hasse ihn. Ich hasse solche Scheiß-Türme, die immer denken, sie wären die Besten. Hier, 24 Hobliten. Attacke. Ich geh bitte auf den Turm hier. Ah ne, erst mal das hier plattmachen, das Biss. Attacke auf den Turm. Hier kommen schon wieder die nächsten, gut. Hier können die Milize, diese Gebäude hier plattmachen. Oder erst mal die paar Leute hier. Oh. Oh. Ja, sehr gut. Den hier plattmachen. Und dann so langsam, aber sicher. Auch noch so ein paar scheiß Militsoldaten, die hier sind. Attacke für Narnia, beziehungsweise für Ajax und für Akantos und für Chiron. Und die ganzen anderen Scheiß-Türme, die niemanden interessieren. Das wird klappmachen. Wo kommen die her? Ah, Schlacht. Das sind solche mittleren Hobliten. Geil, meine Hobliten sind besser. Das sagt ihr jetzt, ihr Schweine. So, das hier kaputt machen. Dann habe ich erst mal bis hierhin so ziemlich viel kaputt gemacht. Attacke. Hier ist schon wieder die nächste Armee. Dann Attacke auf das hier. Das macht ihr jetzt bitte auch mal. Attacke hier rauf. Ich habe einfach viel zu viel Defensive gemacht am Anfang. Darum dauert das wohl auch so lange. Hier so alle möglichen, alles mögliche hier rauf. Hm, bam, bam. Na, das ist halt jetzt voll lange. Alle so gut, wie sie sind, entwickelt. So, die ersten paar von denen können hier schon mal auf die Festung gehen. Die ersten 30. Gruppe 1. Und der Rest hier. Die kleine Gruppe 2. Kann hier angreifen. Die Leute. Na, es sind viele Milizsoldaten. Aber, wie gesagt, kein Problem für uns. So, weitergehen. Zur nächsten Festung. Da kommt man hier gar nicht lang. Muss man doch wohl, oder? Ach, nee, wir sind gerade hier. Ach, machen wir einfach diese Festung hier platt. Ihr schafft das schon irgendwie, Leute. Juckt ihr rein hier jetzt lang. Hier wird schon wieder der nächste Trupp. Nein. Ach, zu viele Leute, die ich schon habe. Hier rein hier erstmal wieder durch, zu dieser Scheiß-Festung. Und dann mache ich das hier platt. Und dann kann ich hier so langsam aber sicher durchmarschieren. Meine geile Armee. Ohoho, ich bin mächtig. Attacke. Na, die Festung ist gleich tot. Ja, als ob Gebäude sterben könnten. Marc ist mal wieder dumm. Ich habe mal wieder meine Tage. Sehr gut. Sehr gut. Gruppe 1 und Gruppe 2 dann jetzt hier angreifen. Ach so, erstmal das hier noch. Die Leute hier noch platt machen. Hier kommt ein so ein schwacher Hoblid. Oder was auch immer. Keine Chance. Also, hier kommen sie noch gar nicht durch. Dann Gruppe 1 und 2. Also, um 1 und 2 hier hin. Ha, ganz schön groß, diese Armee von uns. Ja, mir ist langweilig. Ich scroll durch die ganze Karte. Oh. Hier hat sich eine Armee gesammelt. Von Burgenschützen. Das finde ich natürlich nicht so gut. Finde ich nicht so gut. Meine nicht. Aber die Schaffs haben natürlich keine Chance gegen uns. Die Gruppe 1 und 2 gehen hier hin. Und greifen das hier an. Machen das hier alles platt. Oh. Hey, fucker. Den Krieg verlieren wir sogar. Habe ich so ein Gefühl. Aber hier bildet sich ja schon die nächste Armee aus. Das ist so problematisch. Boah, tötet den nochmal. So, kommen 1 und 2 hier drauf. Alter, um die Hälfte fast getötet. Kommt 1 und 2. Dann noch die schnell platt machen. Gut, dann greift man das hier an. Wie kommen die hier jetzt wieder lang? Wie? Wie zur Hölle? Auch hier lang. Oh yeah. Das habe ich wohl ganz vergessen. Das Gebäude hier noch schnell platt machen. Und ich beende den Part und komme jetzt gleich zum Entscheidenden. Bis bald.